Ich bin Itaiza González und mein Thema ist Freundschaft. Freund spielen eine sehr wichtige Rolle in meinem Leben. Freundschaft ist sehr wichtig für mich. Denn meine Freunde kennen mich viel, aber sie lernen. Aber ich habe wenig Geld. Das ist die, dass ich viele Menschen lernen kann. Aber sie zeigen des Interesses über mich oder sie spielen mit den Gefühlen. Das ist sehr traurig. Meine beste Freundin heißt Lucia. Sie ist 21 Jahre alt. Sie wohnt in Badajoz. 2011 haben wir kennengelernt. Ich habe eine Reise mit meinem Gymnasium nach Badajoz gemacht. Dort war ich in meinem Restaurant und plötzlich ist sie gekommen. Sie ist in meinem Tisch gesessen. Und dann haben wir gelacht und gesprochen viel. Ich hatte eine neue Freundin. Sie ist eine Hübsche und eine Kluge. Sie ist ordentlich und vernünftig. Und mit ihrem Humor ist sie die größte Hilfe für mich. Sie sind ihre Freunde in vielen Situationen, aber besonders in starken Situationen für mich. 2040 hatte ich einen Unfall. Ich war im Krankenhaus sechs Monate ungefähr. Sie ist von Mérida von Tenerife mit ihrer Familie gekommen. Sie hat ihre Stag oder ihre Gymnasium gelast. Sie hat jeden Tag besuchen. Und sie hat jeden Tag missbleiben. Sie hat auch geholfen, zum Beispiel, wenn ich meine Ravidelehrung gemacht habe. Heute geht es zum Glück gut. Aber meine Freunde waren immer mit mir. Ich bin sehr glücklich mit meinen Freunden. Es gibt keine Wesenheit. Und das ist alles. Bis zum Glück. Ich bin sehr glücklich.